Tag auch, heute ist Donnerstag der 17.8. und in fünf Wochen ist Bundestagswahl. So richtig hat man das noch nicht gemerkt, oder? Wahlkampf? Ich kriege das irgendwie gar nicht mit, dass Wahlkampf es. Gestern war ja diese Wahlkampfveranstaltung auf YouTube, denn sehr viel mehr war das tatsächlich nicht. Ich habe es tatsächlich gesagt, ich habe es gemerkt. Da durfte Merkel da ihre dumpfen Wahlkampfparolen abgeben und mehr war das nicht. Das war eine Werbeveranstaltung für Studio 71 und eine Werbeveranstaltung bzw. Wahlkampfveranstaltung für die CDU. Und das mit Mitteln und Ressourcen des Bundeskanzleramtes und des Bundespresseamtes. Mehr war das nicht. Lächerlich, echt, sorry. Aber lächerlich. Aber das ist ja schon fast ein Höhepunkt in diesem Wahlkampf. Ich habe damals gesagt, als der Wechsel war zwischen Schulz und Gabriel, das ist eine einmalige Chance für die CDU, Entschuldigung, für die SPD. Und ich musste schon fast den Hut ziehen vor Gabriel, dass er darauf gekommen ist, das so zu tun. Und dass er echt gesagt hat, okay, ich merke, wenn ich jetzt hier als Kanzlerkandidat dastehe, das wird nichts. Da haben wir keine Chance. Mir glaubt das, dass ich für soziale Gerechtigkeit stehe, glaubt mir genauso wenig, wie man das bei Peer Steinbrücke glaubt hat. Und man glaubt es genauso wenig, wie es bei Frank-Walter Steinmeier geglaubt wurde. Man glaubt es diesen Agenda-Schurken natürlich einfach nicht mehr. Weil, wenn die irgendwas von sozialer Gerechtigkeit faseln, da hat man immer im Kopf die Politik, die sie tatsächlich gemacht haben, diese Schurken. Ich wollte das S mit dem W sagen, ne? Schon klar. Deren Politik widerspricht ganz genau den Sachen, die sie im Wahlkampf propagiert haben. So, natürlich konnte man denen nicht glauben. So, dann steckt der Gabriel den Schulz vor. Und dann denkt man sich, hm, klar, eigentlich gehört er schon zu denen, wie soll er sonst so weit nach oben gekommen sein in der SPD. Aber, so richtig hat er dann nichts mit zu tun. Bei dem Anne-Will-Interview, da sagte der Schulz, er braucht natürlich einen gewissen Vertrauensvorsprung. Also, dass man ihm zumindest mal zuhört und dass man auch tatsächlich mal guckt, was sagt er denn dann auch. So, und weil er tatsächlich mit der Agenda 2010 nichts zu tun hatte, mit der Verabschiedung und mit der Umsetzung davon, gibt es zumindest die Möglichkeit, dass man ihm in Erwägung ziehen könnte, ihm zu glauben, wenn er dagegen etwas sagt. Und schwupps, bumm, waren die Umfragewerte nach oben. Ups. Da sind natürlich die Agenda-Schurken wie Scholz zum Beispiel, ja, und auch, ne? Auch Gabriel sind ja etwas nervös geworden. Warum eigentlich Gabriel? Das ist doch genau das, was du eigentlich wolltest, oder nicht? Und danach kam aber ja nichts mehr von Schulz. Da hat er erst mal ein Buch schreiben lassen. Hat er erst mal drei Wahlkämpfe komplett verpennt? Beziehungsweise den in Schleswig-Holstein auch noch aktiv sabotiert? So, und mehr war jetzt auch gar nicht an Wahlkampf, oder? Da gab es so ein paar blaaa-Auftritte. Blaaa, wo er gesagt hat, die hätten auch von Per Steinbrück oder von Frank-Walter Steinmeier kommen können. So, tatsächlich unnütze Auftritte, wo man irgendwo nichts, ja, und? Glaubt dir doch keinem Mensch. Inhaltslehrer, Blödsinswahlkampf. Da stellt sich der Martin Schulz hin und sagt, Agenda Merkels Verhalten ist demokratiefeindlich. Wo dann jeder sagt, was willst du denn jetzt auf einmal hier? Völliger Blödsinn, natürlich. Anstatt, es gibt genug Felder, wo man die CDU angreifen könnte. Ich habe es gestern zum Beispiel getan, da kam natürlich gleich wieder einer von diesen Schnarchnasen aus ihren Löchern gekrochen. Polemik! Haben die zum Beispiel einfach gegen, da wird ein Gesetz eingebracht, das Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe stellen soll. Das Gesetz gibt es so noch nicht, tatsächlich. Eine der wenigen Sachen, die Heiko Maas eingebracht hat, die, normalerweise macht er ja immer gerne, dass er Gesetze macht zu Gesetzen, die es schon gibt. Hier ist es explizit, es ist nämlich so ein kleiner Graubereich in der Ehe, nämlich. So, und jetzt ist es explizit auch in der Ehe drin. Die CDU stimmt dagegen. Da kann man rumdiskutieren und Polemik schreien, wie man will. Wenn ich dagegen stimme, dann sage ich auch im Umkehrschluss etwas anderes. Und da kannst du dich auch wie Rumpelstiel ziehen, rumeiern und zerreißen, wie du willst. Wenn man dagegen stimmt, sagt man im Umkehrschluss etwas anderes. Zumindest, dass es einem egal ist. Aber auf solche Idee kommt die SPD anscheinend nicht. Die macht keinen Wahlkampf. Und genau das kritisiert jetzt hier auch zum Beispiel der Sozialverband SOVD. Die haben, es ist jetzt auch kein kleiner Verband, oder sowas halt, die haben 560.000 Mitglieder. Die sagen vor allen Dingen, wer ökonomisch im Nachteil ist. Und das sind tatsächlich, ich habe schon nicht gesagt, 60% der Deutschen. Nochmal wieder zurück. Ein paar Tage zurück an meine Videos. 60% der Deutschen, die unteren 60% der Deutschen, besitzen gerade mal so um zwischen 5 und 6% des Vermögens. Die sind ökonomisch im Nachteil. So, und dieser Verband sagt, beziehungsweise der Präsident, Adolf Bauer, der sagt, wer ökonomisch im Nachteil ist, hat eine ganz besonders stark ausgeprägte Wahrnehmung dafür, ob sich die Parteien in einem glaubhaften Wettstreit über die bestmöglichen Lösungen befinden. Und hier geht es nicht darum, die besten Lösungen zu haben, weil eigentlich haben alle nur die gleiche Lösung. Die gleiche Lösung, die heißt Agenda 2010, Juha. Gestern in dem YouTube-Video schmückt sich die Merkel sogar damit. Die Agenda 2010, für die Schröder abgewählt wurde, 2005, weswegen sie überhaupt nur an der Macht ist. Ohne die Agenda 2010 wäre Angela Merkel wahrscheinlich nie an die Macht gekommen. Sie wäre nie an die Macht gekommen. Und jetzt schmückt sie sich damit, mit dieser Agenda 2010, die ihr Vorgänger da verbrochen hat. Genau das Gleiche mit dem Mindestlohn. Da schmückt sie sich mit. Dass sie bis zu dem Zeitpunkt, dass er dann eingeführt wurde, weil sie dann in der GroKo waren und sie der SPD irgendwas vorwerfen mussten, also so als Leckerli vorwerfen mussten, bis dahin hat ihre Partei und sie selber auch, ganz klar, den Mindestlohn verteufelt bis zum Gehtnichtmehr. Der würde Arbeitsplätze kosten bis zum Gehtnichtmehr. Und gestern setzt sie sich da hin und feiert das als Erfolg ihrer Politik. Und da wird noch nicht mal nachgefragt. Das hat dann nichts mehr mit Überzeugungsarbeit zu tun. Dass die SPD, genau da muss man sie dann angreifen können. Das macht die SPD aber nicht. Da geht mir so, ich verstehe das nicht. Ihr wollt nicht regieren, oder? Ihr wollt es einfach nicht. Was soll ich noch weiter dazu sagen? Das Einzige, was ich sagen kann, hier wunderbar, endlich mal, dass sich ja auch jemand mal zeigt, ich stehe mit dieser Meinung nicht ganz alleine da. Und ihr, die mir zustimmt hier, es gibt ja auch genug, die das sehen, die das nicht zustimmen, aber die Leute, die es zusehen und mir zustimmen dabei, wir stehen nicht alleine damit. Die Einzigen, die das noch nicht gerallt haben, das ist die SPD. Von Grünen müssen wir gar nicht sprechen. Pff, komm. Das ist doch sowieso Opfen und Malz verloren bei den Grünen. Und alle anderen Parteien? Naja, die Linke, wir sind ein bisschen außen vor. Da habe ich ja auch eine ganz, da will ich auf jeden Fall noch mal was zu machen. Und zwar zu der Linke, zu der Linken und Beziehung Linke, SPD, da muss ich auf jeden Fall noch was zu machen und da werde ich mir am Wochenende mal ordentlich mal Gedanken darüber machen, wie ich das darstellen möchte. Ich weiß schon, was ich machen möchte, aber ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es darstellen. Oh, Mann, 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 ey. Beginnt doch endlich mal mit dem Wahlkampf. Bitte. Ha!